die ich vorhin ja schon mal ordentlich benutzt habe aber armbrust ist halt eben sollte ich vielleicht doch jetzt mal gerade gegen die flieger und gerade gegen die anderen hermann nutzen hier gab es munition nicht viel aber besser als nichts hier geht es mal weiter oder wie durch verwunschene gänge das sieht nicht gut aus ich höre auch wieder gegner aber das ist natürlich auch schön besser als die luftschächte in blackmail wo geht es jetzt hier lang ist das der gleiche weg es scheint der gleiche weg ach du grüne neuner au wie viel sind das oh gott sind das viele habe jetzt schon wieder das gefühl dass ich kaputt gehen könnte auch mal was schiebt mich hier wer oder was schiebt ich da irgendwas hat mich geschoben so meine jetzt bitte mal aufhören noch mehr ärger nächster kandidat da oben läuft noch einer ich komme ich komme gerade echt nicht weiter solange ich die jungs da oben nicht erwischt habe so jetzt armbrust bleibt stehen erwischt so jetzt den noch wo ist er oder ist er weg ich lade mal nach der volvo naja gut den einschuss der bringt es jetzt glaube ich gerade nicht aber was war denn das was hat mich ja ich höre schon wieder was hat denn da gerade so nachgeschoben da ist noch einer und der ist auch weg ich hätte die armbrust benutzen sollen ich weiß da war noch einer den kann ich von hier aus aber kriegen ah nee kann ich nicht zumindest nicht mit der armbrust so schnell aufzug sich lustig drehen der aufzug au okay oh flieger und da ich will eine ganze armbrust da anfliegern ich treff die nicht ich treff die einfach nicht okay da haben wir noch okay erledigt wieder welche weg da drüben geht es zwar irgendwo rein na ich bin neugierig ich bin jetzt mal neugierig ich brauche aber mal glaube ich meine schrottflinte die ich mal nachladen sollte dringend hier scheint es weiter zu gehen also auch munition ich höre schon wieder gegner ich weiß von mir nicht wo da unten okay wird nix na erstmal nachladen nochmal okay das war einer ich will gerade nicht wissen wie viel hier noch hausen nochmal ne sag ich jetzt kein ja ich sag doch da war noch einer hier sind wieder Minen die bringen mir doch nichts Granaten und gesund das ist gut sind ja schon wieder Flieger unterwegs ne ich geh einfach mal weiter mal ganz rachlos ja ich hab's doch gesagt noch einer und zumindest noch Medipack ist ist zumindest hilfreich geht's nochmal weiter okay und hier ist Energie noch ein Versorgungspack ansonsten ist ja gerade nix also Flieger nein 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 ich bin ich bin nur eine Etage runtergefallen und es ist nicht passiert okay aus der Nähe funktioniert das ja mit der Armbrust ganz gut aber ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell laufen von wo kam ich eigentlich achso nicht von hier aber ist ja eigentlich ganz nett ja Rucksackladung die mir doch gerade nix bringen weil ich damit voll beladen bin ich geh jetzt einfach mal zügig hier hoch und wieder hier rein wo wir herkamen und da können wir zumindest jetzt mal noch achso wir kommen von dort gut also der Aufzug den wir benutzen nein 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 ich höre schon wieder Flieger oh nein und ich spring gleich gänzlich runter das war sowieso jetzt sinnlos die Aktion und ihr seht der Savegame ist schon wieder futsch es kann nicht wahr sein ich sehe mal zu welchen Savegame ich jetzt finde mal gucken ob es irgendwo Autospeicher gab bis gleich wir sind wieder zurück und haben uns wieder vorgekämpft tatsächlich gab es ein Savegame später der noch in dem Roten Tunnel der noch in dem Roten Tunnel ganz am Anfang dieses Raumes hier war so und jetzt ist es natürlich wichtig so und jetzt ist es natürlich wichtig dass wir uns nochmal mit dem Fahrstuhl hochkämpfen und nochmal dieses selbe Prozedere durchmachen diesmal sind wir zumindest oben und da hinten ist eins der Problemfälle gewesen so Nummer 2 ist wieder einer der Flieger da oben kommen die her ich gehe mal kurz hier her ach hier ist eine Gesundheitsstation jippie jetzt können wir zumindest auch die Flieger mal ausmachen da ist zum Beispiel einer erledigt wir müssen anscheinend hoch in dieses Portal na komm bleib mal stehen der war drin na danke ich brauche mal einen Revolver ich brauche Munition für einen Revolver das verstehe zumindest fest na ja bitte es geht doch ist hier hinten noch was? nee so ja äh ich brauche den Aufzug ich hoffe dass jetzt nicht nochmal irgendwelche Flieger kommen komm wir hoch oh kriegst du gleich wieder äh mal los kriegt man gleich wieder einen Drehraum würde ich sagen mit einem Übel ich bin der Letzte okay wir arbeiten uns jetzt mal von Plattform zu Plattform wieder nein nein uh knapp okay erscheint nächstes Portal Nihiland okay ja so heiß ich ähm 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 okay wow ich glaube das ist unser Endgegner der uns gerade mächtig mächtig Schaden macht komm ich hier hoch? ja oh nein vielleicht nein also es scheint tatsächlich so als oh nein ey ich hab schon kaum ein bisschen Zeit geh weg der hat uns jetzt per Portal weggeschickt so er hat uns jetzt per Portal weggeschickt wir dürfen uns jetzt wieder wieder hocharbeiten natürlich mit diversen von unseren neuen Kumpels die wir gleich mal ausradieren dürfen aber das ist natürlich eine heftige Nummer oh hör doch mal auf oh hör doch mal auf wo bist du denn? äh okay da ist er erwischt hier gibt es auch mal Energie und Gesundheit die brauche ich jetzt auch dringend äh irgendwie krieg wo komm ich jetzt hier her okay der dieser dieser Strommodule erweitern scheint da echt Abhilfe zu leisten bei sowas aber das ist natürlich echt schwer und jetzt so anscheinend nicht au ne okay ich hab mir nicht weh getan ah jetzt bin ich hier wieder toll jetzt aber aber wie geht denn das jetzt? wie soll ich denn jetzt da weiterkommen? hier ist doch kein da drüben ist eine Plattform die ich schlicht übersehen habe so jetzt können wir hier reinspringen und damit wären wir wieder hier äh hallo hallo lass mich in Ruhe bitte bitte lass mich in Ruhe nein 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 au oh verdammt okay ja danke ich bin in dir gespawnt toll zu wissen okay wir laden gleich nochmal rein so wir sind wieder da und jetzt geht es auch weiter das war der letzte Autosave der das so im Netz verfügbar gibt ist nein und die restlichen Stellen müssen wir jetzt anscheinend so lösen so wie ich es verstehe naja toll das klappt natürlich semi wo ist er denn jetzt? da also ihr merkt schon das scheint jetzt der Endkampf zu sein mit lustiger Zwischensequenz dass wir hier noch ganz viel springen müssen und ganz viel machen müssen und im Grunde nicht sterben sollten denn da müssen wir wieder den Autosave reinladen denn die Speisestelle scheint ja absolut gar nicht zu funktionieren ach ich springe natürlich erstmal wieder runter natürlich durfte jetzt nicht fehlen aber wir sind zumindest erstmal hier besucht kriegt man entscheidend erstmal keinen äh wo war die achso das war ja hier wow jetzt kommt man nochmal Besuch erledigt das ist natürlich ach ich fall erstmal wieder runter das Problem ist durch diese beigen Wände mit diesen Löchern und dadurch dass die Plattformen alle auch so aussehen sieht man das auch nicht sofort wo man hinspringen muss das ist ein bisschen nervig dadurch dass die Abstände hier so knapp messen sind zwischen den Plattformen oder so weit bemessen sind in dem Fall so jetzt aber nochmal ist jetzt Energie vergessen nein hier haben wir die andere Plattform jetzt bin ich faktisch schon zu weit gesprungen jetzt aber wir haben auch kaum Munition also es ist irgendwie ein bisschen sehr interessant gerade wir können nochmal nachladen auf geht's wir wissen wie es geht wir müssen da hoch wo hoch irgendwo da hoch ich schieße jetzt einfach mal random auf so ein Kristall achso Munition ja toll nein 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht lass mich in Ruhe tatsächlich okay also die Kristalle sind da hoch haben wir noch Raketen okay ich muss ja jetzt nur zusehen dass ich überlebe ist drin noch so ein Kristall er schickt mir ein Portal daneben schieße einfach mal drauf nein bitte nicht er schickt jetzt trifft es mich wahrscheinlich ah ehrlich wie viel wie viel sind es also die die Flieger auf engen Raum das mag ich ja sowieso nicht Leute okay und jetzt was fange ich jetzt damit an ihr könnt niemals die Wahrheit wissen was meint er damit okay und jetzt ach okay ich muss auf den Kugeln hier raus wie es scheint na gut das Rätsel ist ja im Grunde machbar aber wie kriege ich den jetzt kaputt nein ich bin daneben gesprungen ich bin daneben gesprungen toll nochmal Raketenwerfer Muni hab ich ja jetzt also Raketen explizit es tut mir leid es dauert ich glaube das nimmt auch so ein bisschen die Spannung raus in so einem Endkampf oder okay weiter geht's ja Kollege hast du noch so ein Kristall ich spring jetzt einfach mal hoch äh ich sollte das oh er hat mir ja noch er hat sich noch Verstärkung geholt er holt sich äh Gott das ist jetzt gerade nicht passiert oder oh nein passt auf ich sag dem schnelldurchlauf ich rette erstmal nicht tolle Sache die Kristalle okay 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 und nun anscheinend zu dir tja war was im Weg ja oh nein jetzt hab ich einmal nicht aufgepasst aber man kann ja anscheinend nach ganz da oben kommen oder ist das die nein das ist nicht die Platte wir arbeiten uns mal da hoch ich mach das jetzt da oben ja wir sind zumindest hier nein 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 au treffer wir müssen da rüber okay ah natürlich das durfte jetzt nicht fehlen dass ich einfach mal runter knalle okay also im schnelldurchlauf hier hoch wenn wir denn die Plattform erreichen würden irgendwie schaffe ich das auch wieder nicht ja oh das hat mich zumindest hierher katapultiert nett nein 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 au 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 äh verdammt wir schießen einfach mal weiter auf die Kristalle äh ist ja zumindest nicht unproduktiv ja jetzt kriege ich wieder so ein Portal ab ja ich bin jetzt mal direkt auf aah medizinische Versorgung nötig energie jetzt auf 15 rotze energie jetzt auf 30 ja energie haben wir zumindest oben jetzt kommt die Flieger wieder wir haben noch Pistolen Munition wir haben übrigens auch eine Plattform sehe ich gerade es ist vielleicht die ah dann kommt auch noch ein okay Nummer eins jetzt wir sind zumindest hier oben ich muss nochmal zwei ach so es waren ja drei oh okay die Jungs sind erledigt oder immer noch nicht jetzt aber da drüben ist die nächste Platte okay also wir müssen zusehen dass wir auf die anderen Plattformen rüber kommen wie wir das machen ist mir zwar noch schleierhaft aber ab geht's okay wo ist die erste Platte ist dort okay 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 sind wir schon mal hier aah das ist so heftig nicht nochmal nein und auf der anderen Plattform ist irgendwas was okay passt auf Freeman ich pausiere hier an der Stelle ich schlage vor wir machen in der nächsten Folge weiter und werden ihn wahrscheinlich dann endgültig besiegen es ist ja reiner Irrsinn dieser Endkampf und es ist schade dass man nicht zwischendurch speichern kann dass man wenigstens ein bisschen was davon geschafft hat auf jeden Fall ich bedanke mich für eure Geduld und fürs Zuschauen wir haben es wahrscheinlich fast geschafft mit Half-Life und dann machen wir mit etwas anderem weiter was wenigstens safe game technisch funktioniert hoffentlich vielen Dank bis später ciao